So, herzlich willkommen zum dritten Teil von Diablo 3 und schon plöppte wieder alles auf bei mir. Hi Leute, ich bin ebenfalls mit dabei. Genau. Wir haben eben mal die Sekunde gebraucht, um uns zu entscheiden, wer anfängt. Achso, wolltest du anfangen? Nee, eigentlich nicht. Da hast du auch so lange gewartet. Achso, ey, ich hab festgestellt, du musst geschehen warten, bis das OBS da und so die ganze Kacke da hat, ne? Okay, hab ich gar nicht drauf geachtet, aber okay. Chatfarben. Kann ich denn auch schon, das lass ich. Ich seh dran, du hast die Leute da an Items bekommen, das gibt mir echt Odo mal voll auf die Eier. Lass dich überhaupt nicht ausschalten. Ich hab's nie nicht gesehen. Ist ja wurscht. Ähm, genau, wir reden jetzt mit Deckard Cain, wir haben jetzt hier den Kollegen hier, wo ist denn der Fremde? Da ist der Deckard. Der hat ne Glatze. Das ist es, was vom Himmel fehlt. Das ist es. Der Land könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ich weiß es. Ach. Ups, da ist mir den abgebrochen. Alter Verwalter. 92% mehr Schaden der Waffe bekommen wir. Ich hab was Schlechteres bekommen, als das, was ich schon habe. Oh, 121 Schaden ist okay, läuft. Ja. Mal wieder verwenden. Gatsch, der Kleinmacher. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremde. Jedes Detail. Nicht ne Waffe für dich. Feuer. Kannst mir auch pruschten. Jetzt ist zu spät. Ist platt. Na, passt schon. Ist okay. Geh zu den Feldern des Elends. Gut. Äh, was sind denn die Felder des Elends? Müssen wir auf Friedhofer verlassen, glaube ich. Genau. Ja, okay. Das hat auch geblinkt. Klingt schon mal gut. Randale. Jawohl. Randale wieder auf den Friedhof. Das haben wir wieder gern. Sowas nennt sich Mönch. Also, wir haben jetzt übrigens ne Schwierigkeitsgrad höher gestellt. Wir sind jetzt auf Schwer. Ne, auf Profi sind wir schon, oder? Ja, nur Schwer hatten wir eben, oder? Ja, genau. Ihr seht's. Oben, oben, links. Profi. Also höher. Das ist rechts, aber okay. Ja, Entschuldigung. Ja, das andere rechts. Ich bin ne Frau. Ich darf das. Der geneigte Zuschauer weiß, was du meinst. Cool, was er. Ja, ziemlich ätzend. Aber dafür kriegen sie auch ordentlich in die Fresse. Gut, weil solange man dicht dran steht, macht's ja nix. Ähm, genau, also höher geht's net. Das heißt, es ist schon ordentlich, ne? Also, aber weil wir so Ultra sind. Ey, cool, die kriegt ja Small Clans. Die gab's aber im Zweier schon. Ja, ja. Da gibt's so einige, äh... Wiedersehen macht Freude-Typen. Zing. Oh, da oben hieß ein Goblin. Nur um uns. Cool, ich hab so ein Stun oder das bekommen. Na, steht da neben mir hüpft. Ah, verdammte Angst. Da stehen, du feige Ratte. Bang, lass das doch. Moment, mal ganz kurz. Oh, das ist ein Baum? Ein Baum? Ja, da hießen die mal Bäume, sind unsere Freunde oder so. Alter, ich hab schon, ich hab ein Legendary gefunden, grad. Und Zweihandstreitkolben. Kannst du dich vielleicht glücklich schätzen? Mal gucken. Uh, wie das, das... Ja, der hat leider geschickt drauf. Du musst dich anziehen, tut mir leid. Oh, so ein Mist aber auch. Na ja, aber der wär... Der wird vielleicht auch noch was bringen. So, äh, neue Fähigkeiten. Ne, und so. Echt, war da was? Ja, ja, wir sind Level 14. Äh, ich noch nicht ganz. Mir fehlt noch, äh, ein halber Balken. Ja, soll ich schlagen? Für den Gegner ein, ist natürlich auch cool. Äh, da oben retten wir uns was? Oh! Mach du mal. Ja, ja, genau. So. Zyklonschlag zieht bis hin. Oh, geil. Jetzt hab ich das Problem mit, äh, auch gelöst. Sehr gut. Sprung verbessert. Äh, ah ja, und eine ganz neue Fähigkeit. Wir können ja mal hier unten reingehen. Ach, du kannst übrigens, warte mal geschwinden, wenn du auf Escape und dann Optionen, ähm, dann bei Gameplay und... Und auf der rechten Seite, das dritte von unten, eine Wahlmodus, ne? Wenn da einen Haken reinsetsch, kannst du sämtliche Fähigkeiten auf einen Platz deiner Wahl, äh... Ah, das heißt, ich kann die frei verschieben zwischen eins und vier, oder was? Genau, ja, musst halt dann, ne? Ich bin da noch nichts gewöhnt, von dem her geht's auch so. Wir können ja mal reingehen, dann müssen wir da rein, aber da gibt's meistens eine Kiste. Ja, dann Attacke. Oder ein Event, irgendwas gibt's immer. So. War das grad Super Mario, oder was war das da? Ja, ja. Da oben ist ein Goblin. Ja, da oben ist ein fettes Vieh. Naja. Alter, der Kolben ist ja echt... ...Ultra. So, komm, hier hoch. Schatz-Goblin, Schatz-Goblin. Ja. Ah, diesmal kann man nicht weiter, Freund. Ach, wir haben schön eingeklemmt. Ach, hat er viel fallen lassen. Ja, schön. Ja. Handschuhe. Scheiße, mein, äh, legendärer, äh, Kopf ist schon wieder ausgetauscht, ne? Scheiße. Hm. Nee, ich blieb lieber bei einer Hand zu dämmen. Also... Du bist kein Dämonenjäger, ne? Ah, Schreinerschutz, das ist sehr schön. Ich hab schon bloß mal hier rein, ich hab schon noch meine Krone ausge... Oh, Champs? Hast du die Krone ausgezogen? Ja. Also elektrisiert ist auch böse später. Es brutzelt auch ordentlich. So, wieso hast du deine Krone abgezogen? Echt besser. Ja. Cool, ich kann jetzt schön zusammenpullen, die Arschlöcher. Ist für dich ganz gut. Ja, kann ich nämlich... ...schön reinhauen. Ins Gesicht. So, Ausgang? Nee, jetzt haben wir mein nächstes Level. Ja. Event? So. Ich hab gerade den Händler hier angeschwätzt. Ich hab doch noch einen Schatzgoblin. Ja, genau, haben gesehen. Eieieie, jetzt aber gibt's aber viele jetzt, ja. Tackel? Jo. Oh, zu kurz gehüpft. Eichling! Oh ja! Gibt's auch viel Zeug. Äh, ich hab hier bestimmt was für dich. Das war schon für ne Waffe, ungefähr. Äh, ich hab ne 18,4er Waffe. 18,4er Waffe. 18,4er Waffe. Ich hab hier, also ne Zweihand. Oh, ich hab hier das hier, äh, sowas hier. Sehr gut. Äh, äh... Da ist, da ist ein rotes X drüber. Ah, weil er gelb war, ich ja angezogen hab, ist also eben gebunden, glaub ich. Bin immer ein ganzes Jahr, so. So, hab ich noch irgendwas finden. Und was, was brauchst du, auf was musst du Fokus legen? Geschick, aber du hast, du kriegst meistens eh eh nur was mit Stärke. Also, du kriegst... Ich hab hier eine Waffe mit plus 7 Geschicklichkeit, aber das bringt dich auch nicht weiter. Meine ist relativ gut, ja, die... Ne, okay. Wenn ich die Legendary hab, das muss auch schon mal getroffen werden. Also, du kriegst... Das in Diablo ist auch so, du findest halt auch mal Sets für andere Klassen. Die haben aber dann trotzdem dein Main-Attribut drauf, ne? Ah, okay. Oh, ich hab hier den... Oh, die Expril, raus, 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 raus! Ganz böses, aua. Also, das Explodieren... Ist... Oh, ja, ich probier's grad aus. Dann, für sowas den Sprung aufheben, also... Ne? Ja, der Dolch gefällt mir. Weil, das kann Ideose gehen. Wo steht noch so viel Gold und... Oh, ich hab hier vielleicht was Besseres, vielleicht. Guck dir schon mal du durch. Ja, ich hab hier auch was. Ich hab hier was für einen Mönch. Äh, wie geht es nochmal Chatfenster auf und dann mit... Shift und Linksklick. Lächerlich. Ne, brauch ich nicht, danke. Aber trotzdem, danke. Ich hab was für dich vielleicht noch. Ähm, eine Handachs mit... Mh, ne. Okay. Das ist mit Deutsch besser. Na, irgendwann ist Gold nicht mehr so das Problem, kann das sein? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es geht relativ schnell, ich hab jetzt grad 957 Millionen. Mit meinem Barb bin ich bei ein paar Milliarden, also das... Da hinten ist... Ja, aber wir müssen noch die Quest fertig machen. Ja, okay, das ist der Escape-Stein quasi. Genau, ja. Also mit meinem Barb hab ich ein paar Milliarden, da ist das... Krieg ich pro Quest, glaub ich, 9 Mille oder sowas. Ja, das ist der auch. Okay. Wenn dieser kleine Typ da, der teleportiert sich immer vor mich, das ist nicht ganz so toll. Schnabbi. Schni, schna, schnappi. Da kann man's auch verkaufen, wenn du willst. Ist gerade, ne, nehmen wir hier einiges an. Ich kann einiges vertickern, warte mal, ne, ich kann verkaufen vor allen Dingen, was ich ganz praktisch find. Wiegt der 100 Fäuste. Können wir probieren, was der kann. Hat sich auch mal cool an. Wegen der Tritt. Genau. Physischen Schaden. Du musst auch immer dazu gucken, manche Gegenstände haben physischen, verstärkt physischen Schaden, also oder Waffen. Haben dann auch Schaden als Feuer, physisch. Ja, das hab ich schon gesehen, ne. Genau, manche Fähigkeiten verstärkt das halt dann noch, ne. Da musst du halt auch dann später dann richtig danach gucken, was du wie wo anhast. So. Okay, gut. Ich kann das. Aber da unten ist so ein Fertzack, der kommt. Ja gut, die Kisch, der haben wir ja. Da geht's auch noch lang. Hier ist ne Truhe. Aber nur Gold drin. Also für mich nur Gold drin. Ich glaub, Legendaries werden auch auf der Karte, aber auf der Minimap oben, als orangener Stern. Okay, wir waren oben links noch nicht. Ja gut, aber da wird's jetzt nix mehr geben, weil wir haben die große, die gelbe Truhe da schon aufgemacht. Achso, okay, das ist die Hauptruhe. Und in so einem Level ist immer auf der niedrigsten Ebene immer so ne goldene Truhe. Die ist immer da. Ja, okay. Aber nur halt auf der zweiten Stufe, deswegen muss ich eigentlich, wenn du sowas hast, und du gehst was rein, ganz durchlaufen, da muss dann irgendwo so ne Truhe stehen. Das ist halt extra Belohnung, um dir die Zeit zu nehmen, dass du da reingehst. Okay, also das ist der einzige Grund, aber auch da reinzugehen. Ja. Ohne. Da wäre praktisch die nächste Höhle. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. GZ. Zack, zack, zack. Hatte ich gerade ein Level up? Alter, was für die Angriffsgeschwindigkeit. Warte mal, wie schwer da bist du Raserei bekommst, da hört sich dies nochmal. Da hätt ich Doktor Hexler nennen können. Ja, wo müssen wir eigentlich hin? Such nach der Höhle der Kassa, wenn du das sehen nennst. Boah. Ich, 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 ich. Ich bin ja so... Kennst du noch von Street Fighter, die, äh... Das, das, das japanische, die Koreanerin oder was das war, die, die so schnell zuhaut? Ähm... Guck dir das mal an. Sumi oder wie die hieß, ja. Das, das, das sieht ungefähr so aus. Woa. Bam. In your face. Oh, das Gift sieht auch rein, ne? So. Bei mir zumindest. Äh, das geht. Na gut, ich bin... Weh auf die Fresse. Also, wir wissen, wir machen ja gerade diese dritte Folge. Und haben die anderen Videos ja noch nicht hochgeladen, muss man ganz toll dazu sagen. Also, wenn sie jemand... Uuuuuh. Ich hab auch schon das mal High-Track. Ist das auch? Ne, bei mir geht's noch. Oh, die sind liefdisch. Genau, wenn jemand Lust hat mitzumachen, alle Klassen würden kommen. Ja, also maximal vier Leute können wir sein. Äh, wenn's geht, Leute, die halt auch den öfteren mal da sind, ne? Also, wenn nicht nur einmal zocken und nie wieder sehen. Es wär doof. Ja, genau. Dass wir pro Woche mal mindestens ein, zwei Sessions machen können. Ja. Ähm... Genau, was soll ich jetzt noch sagen? Äh, ja genau, also wenn noch mal, äh, fett fallen. Die haben ja auch so... Fallen drin, die kleinen Arschlöcher. Was ist das? Sag mal ganz kurz, ich hab hier grad ein Riesenschwert bekommen. Was du alles bekommst, weil... Äh, ja. Yes. So muss das aussehen. Komm her, Baum. Holzfäller. Angriffsgeschwindigkeit ist zwar lahm, aber... Ja gut, aber das Schaden ist ja scheißegal. Aua. Ja, da musst du halt nur einmal zuhauen, da ist halt Ruhe. Ja. Pardon. Äh, was soll ich jetzt sagen? Ähm... Also wenn ihr nochmal fett, äh, famous werden wollt, und auf YouTube kommen wollt, dann, äh, ganz dringend, äh, bei uns melde. Wenn ihr also, wenn ihr Babes, äh, haben wollt, alles, gibt's ja alles, ne, also... Koks, Babes. Ah, Koks und Nutten. Koks und Nutte. Bringst du bitte mit, danke. Ja. Koks und Nutten. Koks und Nutten. Tote. 28 Gold. Verdammte Scheiße. Ja, wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Ey, wir... Hätten wir hier nur, ne, da hätte auch jetzt ein Legendary drin sein können, ne, oder ein Set. Ne, das waren aber eh 28 Gold. Bäume. Du warst schön, Baumfäller. Waren die Bäume nicht immer gut, also zumindest in Herr der Ringe? Ach, da waren sie auch schon scheiße. Wir sind ins Haus rein. Was hat diese mächtige Bestie gehört? Genau, du musst natürlich wieder anklicken, da liegt irgendwas, ne? Wie so'n Kind. Ne? Alles anfingern. Man kann's anklicken? Oder klickt das an? Man guckt mit den Augen. Kröte, Kröte. Also langsam teilen die gut aus hier, also mir zumindest. Nö, ich hab immer noch volles Leben. Ich seh schon, wie ich also schon im Dreck lieg. Oh, ich werd so... Seine Frau bedankt sich bei uns. Ich find das so geil. Warte mal ganz kurz. Da runter, da runter, danken. Äh. Das erinnert mich an irgendeinen Film, wo der auch mit seiner Alten rumgelebt hat. Sie ist eingeschlafen. Das ist so geil. Moment, ich hab hier... Pornös? Aus welchem Film war denn das? Egal. Zähigkeit, Damage 3,6... Ja. Ich hab hier nochmal was für den Mönch, aber wenn du das vorher nicht wolltest, wirst du das auch nicht wollen. Ja. Ja, willst du nicht, okay. Ich hab's ja nicht gesehen, was du dabei... Achso, ich hab's dir eben gepostet, warte. Ah, ne, ich hab's ja nicht gepostet. Auch abschicken? Ja, genau. Gut den Fehler erkannt. Nein. Gut. So. So, weiter geht's. Ach, ich find das Messer geil. Ich müsste nur langsam mehr... Wie viel Leben hast du eigentlich, du? Äh, 1.500. Ich hab 2.000. Wie viel? 2.000. Du, wie machst denn du das? Was? Hallo, ich hab... Ich hab ne... Ne Waffe mit 50 Vitalität drauf. Ja, okay. Da geht halt schon einiges. Verdammt, das ist falsch. Was ist denn da falsch? Scheiße. Da müssen wir später hin übrigens. Hm. Kann ich da drüber hüpfen? Oh, such's doch. Jamps! Und wenn die dich anstürmen, dann betäuben die dich auch, ne? Ja. Hab's gesehen. So, eine ist mal weg. 2. GZ. Gab übrigens auch neue Fähigkeiten. Ja, ich auch. Neue passive sogar. Hey, heilt euch um 2 Leben. Ob's denn jetzt alle knurren? Scheiße. Gleichmut. Hüllt euch in ein Schutzschild. Ah, Bodenschaden für Schmerz. Das ist aber gut. Uh, so cool. Kann Kontroll... Sprint. Boah, cool. Ich bin gern immun gegen alle Kontrolldingens hier. Ha, sehr geil. Zing. Okay, weiter. Bin ich 3 Sekunden immun? Sehr gut. Wie sie einfach hier in die Fresse haut und dann der letzte Schlag... Zack. ...die für den Resch gibt. Da waren wir schon, wir müssen immer ein bisschen... Ah, da unten ist ein Dungeon oder irgendwas? Ja, da waren wir aber schon drinnen, ne? Ja. Achso. Stimmt. Boah, da kommt was Fettes. Yeah. Nichts oder fallen lassen, Herr Kollege. Nichts. Und bei mir ist einiges gefallen. Ja, hoffen wir doch echt... Ich geh mal lieber da hoch, ey. Das hier, oder? Ja, verdammt. Da war schon da. Ja, den Rand haben wir komplett gesehen, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob am letzten Eck vielleicht so was ist. Ja, das ist auf der anderen Seite da die Schuze. Ja, ja. Wie immer. So, wann haben wir diesmal eigentlich angefangen? 40, glaub ich. 47, glaub ich. Das ist... Das war schon das Problem bei Skyrim, wo ich das gemacht hab, oder so bei sonstig? Das ist... Suchtspiele. Furchtbar. Ja, vor allem, du zockst halt erst echt 10 Minuten, gell? Und du denkst dir, Alter, wie... Wie kann man nur hier... Das wäre jetzt Micro gewesen, wenn wir da ausgewichen wären, ne? Nix... Einstecken und aufs Maul hauen. Ja, dieser... Dieser... Die Schlagserie ist auch ziemlich cool. Oder selber... Anchargen, ne? Ja. Ja, weg. Alter... Ich hab grad schon dran vorbeigelaufen, oder? Wahrscheinlich, oder? Ja, da müssen sie mal gleich durch. Wir müssen ja die Höhle suchen, ich wette mit dir. Wir haben es ja schon... Wir haben doch schon... Drei so Dinger gefunden. Wir sind doch... Mit Sicherheit dran vorbeigelaufen. So, hier waren wir schon, da können wir eigentlich zurück... Boah! Wo kam der hier? Wie viel Schaden macht deine Waffe? Äh, warte... Ja. Ja, die ist besser von der... Ja, die ist besser. Ja, damit. Nee, die verkaufe ich jetzt. Nee, die verkaufe ich jetzt. Was hat hier den Knüppel? Oh, hat sie ja vorgeprescht. Lass uns doch mal außen entlang laufen, oder? Ja, wir müssen ja so eine Höhle finden. Ich will ja nur kurz gucken, welche Höhle das ist. Äh, wir müssen... Hier, komm zu mir. Wir sind so bescheuert, ey. Wir sind dreimal vorbeigelaufen. Ja, natürlich. Ich hab grad... Ich hab die Quäste auch voll vor... Ich hab... Die hättest mir grad noch mal durchdrehen müssen. Sag mal, da kann ich... Ich muss doch die Höhle suchen. Ich hab... Das ist mit dem Zweier verwechselt. Da gibt es nämlich auch die Fäller des Elends. Ne? Und da musst du... Da musst du ja auch... Da musst du ja auch ne Höhle suchen. Okay. Die haben den komplett... Ach, der auf die... Kackend reicht die Kollegen hier. Einmal außen rum gelaufen jetzt, ne? Ja. Oh, da ist was umgefallen. Oh, ne Falle, ja. Du kommst alle weg. Na, bis ich komm. Ist der Krieg rum, ey. Vielleicht kann darin stehen bleiben, du, nett. Verdammt, ich bin auch eingefroren. Du war nix, warst du? Du war ne Sekunde zu spät und so früh gezündet. Wann sollen wir das machen? Ah. Ich bringe das Schwert zu seinem Besitzer. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda. Und ich führe diesen Zirke. Das Vorstück ist mein. Sag zur Hölle, Hexe. Warum hab ich denn... Warum hab ich denn einfach die Fresse, du? Ach so, gib da. Ne, der, der, der Hexe. Was ist der da? Hab ich ihm zugeschrieben? War keine Absicht. Ne, das hätte ich. Ne, ich konnte nichts machen. Ah, Mann. Das hätte ich nicht geworfen. Das ist... Alles was ist. Aber du hast niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Gut, hab ein Schwertbruchstück. Sehr gut, ich hab grad hier... Äh... Achso, jetzt muss man zu Cain zurückkommen. Ne, wir können, glaub hier noch... Gibt's hier nicht noch ne Getro, ich bin mir ganz sicher. Da hinten ist so ein Zurückfliegstein. Zurückfliegstein. Sehr gut. Da hinten ist so ein Gedöns. Ja, so ein Ding. Ne, also hier ist nix mehr... Okay, dann gehen wir zurück mit Tegener. Tote Dorf-Corona. Oder... Ich hab ja so ein Penöpel gefunden. Geht natürlich auch. Penöpel. Ne, das gibt's echt. So, er bringt das Stück zu Cain. Na und? Alles klar? Er steht neben mir und guckt nicht an, gell? Hat jemand Hunger? Hallo, der hat schon zwei Dinger bekommen, er kriegt halt nix mehr. Die zu wenig haben, äh, die zu viel haben. Ja, das stimmt. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Großen! 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 Ich will aber richtig gut sind. Ich mach hier mal ein bisschen Stuff hin, bitte. So, jetzt bin ich erstmal voll. Was gibt's denn hier so tolles? Nix. Nix. Äh, ne, die Vitalität. Das finde ich besser. Nein, 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 nein. 15. Das ist auch besser. Ja, ist doch jetzt erstmal einiges dabei hier. Selten mächtige Zweihandwaffe bringt nix. Gut, 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 gut. Okay, dann, ähm. Und dann würde ich fast sagen, die Legenzen erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugeln, sodass ihre Geister noch immer miteinander kriegführen. Ja. Viel Glück. Genau, äh, beendet man die Runde, oder? Jetzt schon? Schon so lang? Ja, eine halbe Stunde sollten wir schon haben. Echt? Ja. Da sieh ich mal, wie die Zeit wieder rumrastet. Das ist echt übel, gell? Ja, gut, wir haben schon da. Das ist ein richtig schönes Suchtspiel. Jetzt sag ich, ja. Weiß brauche ich nur auf meinen Barb über 600 Stunden, glaub ich, oder? Ich könnte mal schön nachgucken, was sieht sie? Ich kann ja alles nachgucken. Moment, ich guck mal schön in den Profil. Es geht einfach zu schnell, ne? Ähm, boah. Ich hab schon den 54er Barb auf Hardcore, ey. Guck an. Ja, ja, ja. Das klingt ja schon gut aus. Was haben wir da? Ach, das sind nur 667 Stunden. Na dann. Läuft ja. Ist ja fast nix. Ja, nur für den Barb. Dann nochmal, pass mal auf. Na gut, 39. 18. Ist das wirklich viel? 13. 4. In 4 Stunden auf Level 70 gezogen, ne? Den, 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 den zweiten Barb haben. Okay, ordentlich. Ah, läuft. Ja, wenn du, ähm, das Paragon Level hast, dann läuft das, glaub ich. Irgendwann würde ich sagen, gehen wir mal raus und machen dann später weiter, ne? Genau. So, dann, äh. Ups. Ja, ich hab schon beendet, ja. Ich hab schon... Abmoderieren oder so, ne? Ich hab schon einen schwarzen Bildschirm. Also, Leute, dann, äh. Tschüss. Noch mal ganz kurz. Bis dann. Ciao.